Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Heute spielen wir das englische Lied Lavender's Blue. Es steht im Dreivierteltakt, die linke Hand hat die Akkorde C, F und G7 und der Tonraum in der rechten Hand geht vom C1 bis zum A. Wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten.